Das war's für heute. In diesem Jahr, 2022, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, habe ich an einigen Toilettentüren der Uni Kassel, an der ich als Dozent arbeite, Flyer bzw. kleine Plakate gefunden mit diversen Aufschriften von Gruppen, die sich gegen die Impfung, gegen die Pandemie, gegen Corona und weiteres stark machen. Also ein bisschen in die Schwurbler-Querdenke-Ecke würde ich es mal schieben. Ich habe die Plakate abgerissen und weggeworfen. Ein Bild von einem solchen Plakat habe ich bei Twitter gepostet mit dem Text, Achtung, dieses Schild, also das Plakat, hing heute da, wo die braune Scheiße hingehört. An der Toilettentür der Uni. Habe es genau dort runtergespült. Jetzt kannst du dir vielleicht denken, dass es gar nicht lange gedauert hat, bis die ersten Hass- und Beleidigungskommentare gepostet wurden. Bereit? Soll ich dir ein paar vorlesen? Dann legen wir mal los. Das hier ist der Kommentar-Wust, den ich bekommen habe. Lehn dich also gemütlich zurück und genieß diese braune Scheiß-Show jetzt. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Hallo, ich bin Christian Becker, 42 Jahre alt, komme aus Kassel, arbeite an der Uni und freue mich, heute zu Gast zu sein. In meinem eigenen Podcast. Yeah. Also, ich habe ja schon gesagt, worum es geht. Die ersten Kommentare kommen rein, nämlich von Seltlitz hat übrigens kein Profilbild in seinem Profil bei Twitter. Das betone ich deswegen, weil die meisten, die kommentiert haben, keine Profilbilder haben, beziehungsweise Namen auf keine wirklichen Personen zurückschließen lassen. Und das spricht ja schon für sich, dass sie nicht den Schneid haben, quasi zu zeigen, wer sie eigentlich sind. Naja, egal. Also, Seltlitz hat kommentiert unter meinem Post, was hat jemand wie sie, also ich, an einer Uni verloren? Putzen? Fragezeichen. Also, lieber Seltlitz, Putzen ist ein sehr ehrenwerter Job. Und falls du noch einen suchst, anscheinend hast du ja genug Zeit, weil du fleißig meine Posts kommentierst, leite ich deine Bewerbung doch sehr, sehr gerne weiter. Der nächste Kommentar kommt von Ulrich Fuchs, der hat ein Profilbild, ist einer der wenigen Ausnahmen und schreibt Hm, und du bist an der Uni, ja? So von wegen selbstständigem Denken und so. Ja, das klappt erstaunlicherweise sehr gut, lieber Ulrich Fuchs, mit dem selbstständigen Denken, weil mir nicht vorgeschrieben wird, wie ich denken soll. Daher kann ich das sehr empfehlen. Und falls du noch Kapazitäten fürs freie Denken haben solltest, überleg mal, ob du vielleicht einen Job an der Uni annehmen würdest. Weiter geht's mit Kori hat einen Braunbären als Profilbild. Braunbären. Verstehst, ne? Sie oder er schreibt, oh Mann, Xian, warum spülst du das denn im Klo runter? Lehrt und lernt man an deiner Uni nur Konformismus? Es gibt sehr viele Wege, ein erfülltes Leben zu leben. Toleranz und Offenheit gehören immer dazu. Ich hab mal bei Wikipedia und bei Google mal gegoogelt, was Konformismus heißt. Achtung, Haltung, die durch Angleichung der eigenen Einstellung an die herrschende Meinung, durch Anpassung an die bestehenden Verhältnisse gekennzeichnet ist. Quelle Oxford Languages, Google und Wikipedia. Ich muss da tatsächlich mal googeln, geb ich auch zu. Ja, lieber Kori, ist halt schon blöd, wenn man mit seiner Meinung alleine dasteht. Aber Kori, hey, du bist ja mit vielen anderen in der gleichen Situation. Also lebst du doch auch im Konformismus irgendwie, oder? Merkst du selbst, ne? Weiter geht's mit g-nook. Profilbild ist hier ein Hund. Was ist doch ein Braun? Fragezeichen. Warum seid ihr jüngeren Leute eigentlich mehrheitlich so voll verblödet und das, obgleich ihr das Wissen der Welt in der Tasche tragt? Du liebe Güte. Juhu, endlich hat es anerkannt. Ich gehöre mit 42 Jahren zu den jüngeren Leuten. Vielen Dank. Welche Tasche meinst du jetzt genau, weiß ich auch nicht. Ist es bei dir denn die Arschtasche vielleicht irgendwie hinten, oder trägst du gerade deine Gedanken irgendwie greifbar mit dir anderswo herum? Post es doch gerne mal unter dieses Video. Bin ich sehr gespannt. Also, weiter geht's. Genervter Zuschauer. Profilbild ist eine Comicfigur. Er schreibt, das heißt, du findest evidenzlose GG-Einschränkungen, also Grundgesetz wahrscheinlich oder Grundrechte, gut. Überwachung ebenfalls grundlos, findest du toll. Freiheit und Selbstbestimmung ist Nazi und QR-Codes menschlich. Nun, herzlich willkommen im Jahr 84, du Volldepp. 84 ist eigentlich ein großartiges Jahr gewesen. Die Altersrente gibt es ab diesem Jahr schon nach fünf Jahren und nicht erst nach 15 Jahren. Bayern verankert Umweltschutz in der Landesverfassung. Die erste E-Mail erreicht Deutschland. Das Architekturmuseum in Frankfurt wird eröffnet. Mir ist jetzt auch nicht ganz klar, was plötzlich QR-Codes mit der Pandemie zu tun haben, beziehungsweise warum die menschlich sein sollten, erschließt sich mir irgendwie nicht. Also, falls du da mehr gesicherte Schwurble-Infos hast, schreib gerne an b-redet-at-gmx.de. Weiter geht mit Vincent Vega. Profilbild würde mich wundern, wenn es echt ist. Ist zwar eine Person zu erkennen, aber ich würde da, hey, meine Hand für ins Feuer legen, dass das keine reale Person, also jedenfalls nicht er ist. Er schreibt, bist du dumm? Ist doch alles schön einfach für dich aufgemalt auf diesen Plakaten. Musst du nicht mal verlesen können, was du ganz sicher auch nicht besonders gut kannst. Also, was jetzt allerdings lieber Vincent verlesen sein soll, kann ich mir nicht erklären. Erklär du mir das vielleicht noch mit einem Kommentar. Genervter Zuschauer ist wieder da. Guck mal, er kommentiert nochmal. Klar, erstmal Nazi raushauen, ohne Sinn. Und dann Virtue Signalen, bis der Twitter-Daumen glüht. Wann bist du eigentlich und warum gegen diesen Pfeiler gelaufen? Also, ich lese jetzt eben nochmal schnell meinen Ursprungstweet. Ich finde da jetzt nichts mit dem Wort Nazi. Und an deiner Grammatik sollten wir auch nochmal arbeiten, weil ich weiß nicht, was Virtue Signalen heißen soll. Keine Ahnung. Okay, machen wir weiter. Ach, guck mal, genervter Zuschauer kommentiert nochmal. Ach Gottchen, jetzt auch noch leugnen. Braune Scheiße, bist du peinlich. Ach, sehr schön, wie du dich direkt selbst entlarvst, indem du braune Scheiße mit Nazi gleichsetzt. Checkbot, im Grundsatz hast du ja hier auch völlig recht. Also, herzlichen Dank für die vielen Kommentare. Das machen wir bald nochmal. Und falls du mit deiner Meinung auch mal im Podcast auftauchen möchtest, dann warte einfach mal auf Twitter oder Instagram, auf Postings ab, kommentiere das mit irgendwelchen schwachsinnigen und zusammenhangslosen Meinungen. Und schwupps, bist du Teil der Podcast-Show. Also, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig. Tschau.